Bevor wir mit der Sendung starten, ich habe während der Sendung noch ein was vergessen zu sagen, völlig vergessen. Heute ist ja erster Advent. Zum einen, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und das zweite ist, es gibt natürlich auch dieses Jahr wieder einen Kinocast-Adventskalender, wo es jeden Tag was zu gewinnen gibt, nämlich auf kinocast.net. Da müsst ihr jetzt mal die App, die ihr gerade nutzt, sei es nun Spotify, Deezer oder was nicht alles, Apple, iTunes, keine Ahnung, wo ihr diesen Podcast hört, müsst ihr verlassen, mal ins normale Internet gehen und auf kinocast.net und dort findet ihr den Kinocast-Weihnachtskalender. Der ist schon online, ihr könnt allerdings noch kein Türchen aufmachen, aber vergesst das nicht, am 1. Dezember geht's los und genau, weil die nächste Sendung ist nämlich erst wieder danach, deswegen hatte ich das jetzt diesmal irgendwie vergessen. Also, geht dort vorbei, 1. Dezember geht's los, Kinocast-Adventskalender auf kinocast.net und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Sendung. Der Kinocast Hallo, Chris, ich grüße dich. Hallo, Erik, ich grüße dich. Wie geht's dem Papa? Gut geht's dem Papa, der Mama geht's auch gut, der Kleinen geht's auch gut. Wunderbar. Also, wer es nicht mitbekommen hat von den geschätzten Hörerinnen und Hörern auf den Social Media Kanälen von Chris und von der Kate, gab's ja etwas zu vermelden letzte Woche und der Kinocast hat Zuwachs bekommen und die nächste Generation ist schon am Start, die dann irgendwann mal hier übernehmen werden. Noch nicht. Abwarten. Müssen wir erstmal ein bisschen Sprechen beibringen und so. Es kann auch eine Weile dauern, aber ja, es ist schon am Horizont sichtbar, sozusagen. Ja, hoffentlich. Mal abwarten, was dazu kommt. Genau, also wir hören jetzt noch keinen, sonst haben wir immer mal den Hund bellen gehört, jetzt aber so Kindergeschrei könnte dann auch irgendwann mal sein, aber bis jetzt noch nicht. Mal sehen. Ja, kommt noch. Wie gesagt, siehst du jetzt auch erstmal so in Ruhe im Extraräumchen Türe zu, dass da auch Ruhe für alle herrscht. Hat da wie bei A Quiet Place dann so eine kleine Kiste, die so ausgekleidet ist hier mit Schallschulz. Ja, macht man doch so, oder? Ja, ja, genau, muss bloß da ein bisschen das Luft noch reinkommt und so. Ach ja, Mensch. Ja, so ist das. Jetzt ist es bei dir auch soweit, ja. Mal sehen, was sich dann jetzt in den folgenden Wochen und Monaten dann noch großartig ändert mit Filmkonsum. Ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr ganz so exzessiv sein. Och, abwarten. Schauen wir mal. Also wir auf jeden Fall haben ja natürlich eine Sneak Preview zu besprechen der vergangenen Woche hier aus den Innenstadtkinos in Stuttgart. Da gab es den Film Emily. War wieder erwartend kein Horrorfilm, wie manche gedacht haben, sondern geht um Emily Bronte oder ja, Bronte würde ich glaube ich ausgesprochen. Bronte, ja. Quasi, na, ich würde nicht sagen Biopics, sondern ich glaube, da war noch ein bisschen Fiktion mit drin. Reden wir aber gleich drüber. Dann haben wir Rezensionsdiscs bekommen. Eine habe ich angefordert gehabt. Weil es da um eine Frau geht, die mit Pfeil und Bogen, also mit, keine Native American, sondern eine quasi mit einem Bogenschießhobby und Erfolgen da ihre Familie verteidigt. Das hatte mich interessiert. Und da hatte ich mal die Verleihfirma direkt mal aktiv angeschrieben. Sonst wären wir ja immer angeschrieben, hey, wollt ihr mal diesen oder jenen Film besprechen? Aber da bin ich mal aktiv geworden und Chris hat es auch geschaut, nämlich den Film Takedown. Deutscher Zusatztitel muss sein. Ihre Familie war das falsche Ziel. Und dann haben wir noch zwei Screener bekommen. Einen haben wir jetzt schon diese Woche geschaut. Mal gucken, den anderen werden wir uns für nächste Woche mal vornehmen. Vor dem habe ich ein bisschen Angst vor dem anderen, muss ich sagen. Und zwar The Enforcer mit Antonio Banderas in Miami. Eine Gangstergeschichte. Und der andere Film, den wir für nächste Woche eventuell, ist, ich glaube, Fall heißt der nur. Da habe ich den Trailer gesehen. Da habe ich ein bisschen Schiss, weil ich habe eigentlich keine Höhenangst. Aber da geht es um junge Frauen, die klettern auf irgendeinen riesen Sendemast irgendwo mitten im Nirgendwo. Und dann geht irgendwas falsch. Und ja, weiß nicht. Also guckt euch mal den Trailer an. Ich werde vielleicht diesmal mit verlinken. Dann wisst ihr Bescheid. Dann natürlich müssen wir mal über die Serie Endor sprechen, die jetzt zu Ende gegangen ist. Ja, aber das Staffelfinale. Ja, Staffelfinale. Dann natürlich mit Spoilertag. Und ja, ich war jetzt die letzten Tage immer unterwegs gewesen. Und wo ich gestern war, das will ich nachher vielleicht auch mal kurz, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Deswegen fangen wir gleich mal an. Emily. Über Emily Bronte. Ich hatte schon Berührungspunkte mit dieser Schriftstellerin, muss ich sagen, in meiner Vergangenheit. Weil ich hatte eine Freundin, die hat halt ziemlich viel aus der Richtung gelesen. Jane Austen, Emily Bronte und auch die Schwestern, die Bronte Sisters, die dann, die anderen haben ja auch Sachen geschrieben und verlegt. Und ja, deswegen wusste ich schon so ungefähr, was sie geschrieben hat. Aber die Person selber war mir jetzt noch nicht ganz so bekannt. Und darum geht es in diesem Film. Also wir sehen, wie Emily Bronte mit ihrer Familie da aufwächst in diesem kleinen Ort in England. Und der Vater ist ja, wenn ich mich recht erinnere, ist ein irischstämmiger gewesen, der irgendwie, die Mutter ist nicht mehr da. Sie ist, glaube ich, gestorben schon früh. Und die Mutter ist früh gestorben. Ja, sie leben mit ihrem Vater dort und denen geht es nicht schlecht. Also der Vater hat ein gut laufendes Geschäft. Der ist Pfarrer. Ja, aber es läuft irgendwie ganz gut bei dem. Ja, ein gut laufendes Geschäft, glaube ich. Ja, ich meine, der Kirche ging es ja nie so richtig schlecht, glaube ich, oder? Damals auf jeden Fall nicht. Wenn du da eine Gemeinde hast, die immer gut spendet und wenn die Kollekte rumgeht und so, dann geht es schon der Kirche nicht ganz so schlecht. Ja, der hält auch mal Predigen. Und eines Tages kommt auch mal ein jüngerer Prediger, Pfarrer, ich weiß nicht, was da die korrekte Bezeichnung ist, in diesen Ort. Vikar. Vikar? Vikar. Vikar. Nein, Vikar. Wird auch vorgestellt als Vikar. Ja, also der kommt dann in diesen Ort und hält da mal so eine Gastrede, Stand-up, keine Ahnung. So eine Einführungspredigt war das. Vielleicht solltest du eher so diese sakralen Themen besprechen, da bist du wesentlich sattelfester als ich. Jedenfalls hält er da eine Predigt, die sehr, sehr berührend ist, weil er verwendet sehr viele sprachliche Bilder da drin. Er hat sehr viel Poesie in seiner Rede und gerade die Bronte-Sisters, die da drin sitzen in der Predigt, die sind natürlich völlig beeindruckt. Also so junge Mädchen und dann redet jemand so ganz poetisch. Das haben sie damals ja noch gar nicht so gehört. Da gab es ja noch nicht so viel Social Media und TikTok und sowas. Und ich glaube so die Zeitung war damals so mit das schnellste Medium, was sich so verbreitet hat. Und ja, so die sind alle irgendwie so ein bisschen in den verschossen. Und irgendwann kommt auch mal der Typ zu denen nach Hause und wird da so zum Essen eingeladen. Und es findet dann schon so ein bisschen so eine Annäherung statt. Übrigens William heißt, da habe ich gerade herausgefunden, gespielt von Oliver Jackson Cone. Wenn ich einmal dabei bin, kann ich auch noch die anderen vorstellen. Die Hauptfigur, die Emily Bronte spielt Emma Mackey. Die, den Bruder, also das waren ja nicht nur drei Schwestern, sondern die hatten auch noch einen Bruder. Wird gespielt von Fion Whitehead. Die Charlotte Bronte spielt Alexandra Dowling. Und die Anne spielt Emilia Gething. So, das habe ich glaube ich alle. Und den Vater spielt Adrian Dunbar. So. Und ja, der kommt halt dann mal zu denen nach Hause und verschiebt sich so ein bisschen in den Haaren. Dann kriegt sie auch noch von ihrem Vater, der möchte auch, dass sie Sprachen lernen, die Töchter. Und der junge Pfarrer, der kann sehr gut Französisch. Achtung jetzt, jetzt keinen dummen Witz bringen hier. Mann. Er will ihr, oh Mensch. Merde. Er soll ihr das auch beibringen. Hat im Kino ein bisschen für Gelächter gesorgt. Aber wir wollen jetzt diese Tote mal auslassen. Genau, er soll ihr das auch beibringen. Und da wird natürlich dann schon ein bisschen mehr draus. Also sie schreibt dann auch Gedichte über ihn und dann findet er das auch mal. Und ich weiß gar nicht, wie das so ist mit Zölibat und sowas. Das scheint da nicht so das Thema gewesen zu sein. Das hängt ja ganz davon ab, welche Glaubensrichtung es wirklich ist. Und wenn du überlegst, der Vater hat wie viele Kinder? Ein Sohn, drei Töchter, vier Töchter? Ach stimmt, jetzt wo du es sagst. Der ist ja auch Pfarrer. Okay, aber ich hätte jetzt gedacht, weil der Vater ja, ich wusste ja, dass der, glaube ich, irischstämmig war. Der Vater von den Brontes ist das. Und ich hätte schon gedacht, dass, also gerade diese irisch-katholische Kirche, also die ist doch wirklich das härteste vom Harten, glaube ich, da, was katholische Kirche angeht. Ja, komisch, jetzt wo du es sagst. Also da gibt es, gibt es Loopholes oder, oder? Nein, es ist einfach je nach, also im Katholischen darfst du es nicht, im Evangelischen glauben darfst du es. Dann ist der offensichtlich konvertiert zum Evangelischen. Aber ist in England die evangelische Kirche? Protestantische halt wahrscheinlich. Und bei der protestantischen darf man das? Ja. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Okay, na dann, dann ist ja alles in Ordnung, als er sich dem sehr jungen Mädchen annähert. Ne, so jung ist sie ja gar nicht. Ähm, als er sich der, der annähert. Aber er hat doch, äh, hat doch Zweifel, ob er das kann, ob er das, äh, mit seiner, dann vereinbaren kann. Er hat dann immer Gewissensbisse und, ähm, ja. Also. Ja, weil es ist ja immer dieses, mit der Tochter vom Vorgesetzten was anfangen und ist immer, also, ich weiß nicht. Also, das war sein Beweggrund, denkst du? Ich hatte eher gedacht, dass er irgendwie. Nein, sein Beweggrund war einfach auch dieses, dass seine Seele vielleicht reinbleibt. Genau, das hätte ich eher gedacht, ja. Und dann auch, ähm, ja, wie, wie es halt auch das Ansehen mit der Kirche oder für ihn dann auch ist, in der Gemeinde. Und ich glaube, das spielte da alles mit rein. Ähm. Ähm, aber, ja, also, oder halt auch diese, einfach diese Unsicherheit mit, ähm, nein, das darf nicht sein, weil sie ist die seltsamste hier. Sie ist die seltsame Miss Strange und, äh, deswegen sollte man da nicht mit der gesehen werden oder was weiß ich was, also. Ach ja, stimmt ja. Also, da habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also, sie hat dadurch, dass sie sehr, eine sehr lebhafte Fantasie hat und, ja, auch mit ihrer einen Schwester, da spinnen sie sich immer so Geschichten zusammen und da wirkt sie auch im Dorf manchmal ein bisschen so als die, als die komische und, äh, die, ja, deswegen traut sich da keiner so recht an sie ran. Aber als der Neue kommt, der, ja, der kennt das ja nicht, die Vorgeschichte, dem ist das egal. Naja, das war okay. Nachdem sie sich ihm, ihm anbietet. Naja, also, ich denke halt, ähm, dass, äh, er sich halt von ihrem, ähm, Intellekt angesprochen fühlt und von ihrer Art, Worte, Worte zu, äh, verwandeln in begeisternde Kompositionen und Gedichte zu schreiben, die nicht ganz, äh, jugendfrei sind oder halt auch als eher teilweise vielleicht auch etwas, äh, schlüpfrig, gelten, aber auch, äh, sich gelten, aber auch, äh, sehr tief in die Seele blicken können oder solche, solche Dinger. Und, ähm, das turnt ihn halt an und dazu ist sie halt jetzt auch nicht, also, sie ist jetzt auch nicht unbedingt, ähm, vom, vom, vom LKW aufs Gesicht gefallen. und ja ist halt ein junger Geist und Emma Mackie sieht halt ein bisschen auch aus wie ein Klon von, wie heißt sie? Hilf mir auf die Sprünge. Ja, wenn ich wüsste, wen du meinst, nenn mal wenige Einhandelspunkte, irgendwie einen Namen oder so. Also gerade eben hatte ich den Namen noch, das ist echt hart jetzt. Ich sag's dir gleich. Vielleicht fällt dir später noch ein, ja. Ja, ja, ja. Gut, vielleicht. Ja, okay. Ich hab's gleich. Ich hab mich gleich wieder gesammelt. Ja, und das alles wirkt halt, glaube ich, diese Gesamtkombination aus so ein bisschen die seltsame, die mit Worten umgehen kann, die da jonglieren kann mit alle möglichen Sachen und auch einfach hier so so unnahbar scheint und dann doch auch sich verletzt. Margot Robbie heißt sie übrigens. Ah, okay. So ein Margot Robbie Klon so ein bisschen. und ja, ich sag mal so, im Film wird halt die Familie vorgestellt, sie so ein bisschen als das kleine schwarze Schaf, dann kommt der Pfarrer oder der Vicar und du weißt in dem Moment schon, da geht was. Okay, dann auch dieser Wettstreit mit ihren Schwestern, aber du weißt schon, hä, 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 hä. So ein bisschen heimlich, mehr oder weniger, weil darf man es nicht unbedingt wissen und, ja. In so einer verfallenen Hütte. Oh ja, die, hä, 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 hä. Ich muss ja sagen, die, diese, ja, diese Liebschaft, die da so beginnt, das hat mich dann schon eher an die Bücher von ihr erinnert, so zumindest die Teile, die ich kenne daraus, ich kenne die jetzt nicht komplett. Also so dieses, ach, weißt du, so dieses, ja, zwei, die, die dürfen sich eigentlich nicht haben und dann doch und ach und dann der Mann, der eigentlich das nicht will und sie will das aber, weißt du, so dieses, also ein bisschen leicht realitätsfern ist, soll ich mal sagen. Und, ja, das fand ich schon ein bisschen, ja, okay. Aber ansonsten, dieses Zeitkolorit, das wurde schon sehr, sehr gut eingefangen, auch so mit der, mit der Kleidung, mit den, gerade dieses Ganze in Nordengland irgendwo, wo es ständig geregnet hat und so, machst einen kleinen Ausflug, schönstes Wetter, Wurfregen, zack und so. Und auch die Landschaft, da wurde ganz viel, wurde da, glaube ich, draußen gedreht und das merkst du halt auch, dann, das passt halt alles irgendwie richtig gut zusammen und fängt das sehr gut ein. Und manche Sachen waren ein bisschen, waren halt manchmal so Sprünge drin, so Zeitsprünge, dass dann so, ja, jetzt ist das so, ach ja, übrigens, jetzt sind wir hier eine ganze Zeit später, da ist es jetzt so und da ist jetzt, die ist jetzt dort und da ist das. Und, okay, das war schon ein bisschen, ja, ach, ich weiß auch nicht so recht, ob man das, ja, ich glaube, das ist, wer sich für das Thema englische Literatur interessiert oder vielleicht da die Bücher von ihr oder ihren Schwestern gelesen hat, für den oder die mag das ein interessanter Film sein. Aber gerade Montagabend in der Sneak Preview, wieder so ein, ach, so ein zweieinhalb Stunden, ich, ach, ich sehe nämlich mal wieder nach irgendeinem stupiden 90 Minuten Actionbrett da irgendwie und nicht viel nach einem anstrengenden Arbeitstag dann noch, aber hier dann noch so ein, ach, ich weiß auch nicht. Ja, also wie gesagt, es war halt, so wie ich es jetzt auch gerade nochmal nachgelesen habe, ein relativ erfundenes Biopic auch, also zum Teil, es ist jetzt, keine Ahnung, was da jetzt alles echt war und was nicht und wie und was und überhaupt. Aber wie du schon gesagt hast, zwei Stunden, pff, ging mir auch so, also das war mir auch ein Ticken zu lang dann, da hätte ich mir auch ein bisschen, äh, vielleicht tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, Leichtigkeit etwas gewünscht oder mal ein bisschen, ein paar Sachen zu kurzen, aber, ja, ist wie es ist, ne? Das war halt damals auch eine üble Zeit, ja, da konntest du an jeder kleinen Erkältung sterben und so, das war halt alles sehr, sehr düster damals, ne? Aber wie, wie die dann von, von Nordengland nach Brüssel, also das war ja, das muss ja eine halbe Weltreise dann mit, mit Kutsche und mit sonst was allem damals, glaube ich, weil das war ja irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts oder so, das ist ja, hm, da war noch ein bisschen, nicht viel mit, noch doch Eisenmann gab's ja schon, ja, der eine hat ja dann da gearbeitet, als. Ja, ja, der Bruder hat, da wurde dann ja dahin zwangsversetzt. Gab's wahrscheinlich ja noch schon Dampfschiffe oder so, dass man da übersetzen konnte, aber, naja, trotzdem war's, ne, ein langer Weg, ja. Ja, was machen wir jetzt damit, mit dem Film, können wir den so richtig empfehlen, auch nicht, oder? Naja, also, äh, ich sag's mal so, ich kenn Leute, die haben das jetzt schon ziemlich gefeiert, die haben auch gehofft, dass der in der Sneak läuft, deswegen, die waren sehr begeistert, ähm, es ist halt, mein Thema ist es halt tatsächlich nicht, also diese Literatur, wer das auch nicht so wirklich was gesagt hat, dazu bin ich wahrscheinlich, äh, ein Stück weit auch zurückgeblieben, vielleicht in meiner Entwicklung. Oh, man kann ja nicht alles gelesen haben. Ja, also dieser, dieser Hauptroman von ihr, wie heißt der, äh, Sturmhöhe auf Deutsch. Wuthering Heights, hm. Ja, ich sag, auf Deutsch müsste es Sturmhöhe sein. Ja, ähm, ähm, und, ähm, pfff, also ich konnte jetzt nicht unbedingt viel damit anfangen, für Leute, die in dem Thema drin sind, ist es bestimmt, äh, sehr interessant, ein sehr interessant anzuschauender Film, deswegen würde ich denen das auch wirklich empfehlen, den anzuschauen. Ähm, alle, die jetzt reingehen wollen und eine gute Zeit im Kino haben wollen und vielleicht ein bisschen Action oder irgendwas, würde ich sagen, nee. Also ganz ehrlich sagen, nee, eher nicht so, weil, ja, das ist halt kein wirklich gute Laune Kino, nicht unbedingt, höchstens, man steht wirklich auf diese Poesie und Literatur, dann, dann viel Spaß bei diesem Film. Ähm, ja, für Deutsch, Studenten. Ich denke, wir haben dieses Jahr auch schon Schlechteres gesehen, äh, gefühlt aber auch schon Besseres, ja. Ja, und er ist einfach zu lang, ich finde ihn einfach tatsächlich zu lang, seit zwei Stunden. Ja, ist vielleicht, 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 also solche Biopics über berühmte Persönlichkeiten gehen ja auch immer ganz gerne ins Oscar-Rennen, das ist vielleicht so der Hintergedanke und gerade so die Oscar-Filme, die werden ja auch ganz gerne lang gemacht. Und vielleicht erhofft man sich da ein bisschen was in der Richtung. Mal schauen. Vielleicht kommt da irgendwas. Ansonsten so für, für Deutsch oder für, also wie heißt es, Germanistik, äh, nee, nicht Deutschstudente, also, ja, nee, Deutsch vielleicht nicht, aber gut, in Deutsch haben es, nehmen es vielleicht manche auch an. Für Leute, die englische Literatur studieren. Ja, auch, das auf jeden Fall, aber ich habe überlegt, vielleicht auch die, die, die Gedichte und sowas, die kamen auch manchmal im Deutschunterricht dann so einzelne Gedichte auf Deutsch dann halt dran. Okay, da habe ich definitiv nicht aufgepasst. Nein, bei uns auch nicht, ähm, aber könnte vielleicht passieren. Also, Emily, Emily, hätte man eigentlich den Nachnamen auch noch mit, in den Filmtitel nehmen können, sonst weiß doch keiner, was da gemeint ist, so richtig, oder? Ähm, pfff, na gut. Wie gesagt, ich habe es, ich habe es halt alles gerade mit dem Horrorfilm verwechselt, weil ich habe es dann kurz vorher erfahren, was kommt und ich habe es mit, äh, ich hatte im Kopf, oh, es kommt irgendein Horrorfilm mit, mit, äh, einem weiblichen Vornamen. Aber das ist Megan. Ach, das war jetzt schon mal so eine gruselige Puppe da, oder? Ja, genau, und dann habe ich schon gedacht, so, oh, cool, ein Horrorfilm, und dann so, habe ich kurz nachgeguckt und ich so, oh, ein, zwei Stunden Brett, hervorragend. Ah, bestens, also, ich weiß nicht, wann wir jemals jetzt in der letzten Zeit mal zeitig zu Hause waren, also, das ist lange her. Ah, mal gucken, mal schauen, was uns morgen erwartet, das ist eine gute Überleitung jetzt, genau, ähm, gucken wir doch mal in die Gruppe, wie ist denn der, der Tipp, äh, der Hinweis? Ja, vielleicht geben wir erst noch Punkte für den Film, ich weiß ja nicht. Ach so, ich gebe sechs Punkte. In diesem Podcast hier, in diesem Format zu machen. Weil ich die Punkte jetzt schon mehrfach gelesen habe in unserer Tabelle, dachte ich, ich brauche sie nicht extra noch mal hin. Also, ich gebe ihm fünf von zehn Punkten, weil, wie gesagt, es bestimmt Leute gibt, die, äh, damit gut was anfangen können, ähm, das Szenenbild fände ich ganz cool und, ja, ansonsten war es halt ein, ein Brett von, von, mit zwei Stunden. Tja. Okay, und jetzt der, der Hinweis. Und wie viele Punkte gibst du ihm? Ich habe doch schon gesagt, sechs Punkte. Ach so, sechs, okay. Genau, ich mochte die Hauptdarstellerin. Also, Marco Robby finde ich immer ein bisschen, mit der du es verglichen hast, na, ich fand die irgendwie ein bisschen besser gerade, die Hauptdarstellerin. Ja, aber, aber, also, die sieht, äh, die sieht schon aus wie Margot Robby. Witzig? Ein bisschen vielleicht, ja, aber liegt vielleicht an der Frisur. Es ist witzig, wenn du, äh, eingibst, Margot Robby Lookalikes, kommt ein Artikel mit, Margot Robby has several doppelt gängers in Hollywood und auf Platz eins ist Emma McKay. Okay. Ja. Na dann. Nur mal so. Ich versuche jetzt im dritten Mal, ähm, wie lautet der Tipp für morgen? Der Tipp für die Sneak 1140 lautet. 41. 41. Dann hat da, äh, meine Frau was falsch gemacht. Oder? Ich weiß nicht, wer mal rausfindet. Also, für die nächste Sneak sagen wir es so, das ist nie falsch. Also, ich bin der Meinung, dass das jetzt die 39 war. Äh, dann hat sie um zwei verrückt. Äh, auf jeden Fall lautet der Tipp für diese Sneak fast direkt aus der Muppet Show. Hm. Da hab ich bis jetzt nur alleine getippt, fragil. Du musst dich fragen, warum? Wegen Fragil. Verstehst du das? Ah, oh. Verstehst du das? Ah, oh. 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 Obwohl die ja eigentlich nicht in der Muppet Show waren, aber von Jim Henson und so. Ja. Ja, ja. I see what you did there. Könnte sein. Äh, und ich hab auch schon echt viele, also die, der Verleiher von diesem Film Fragil ist echt aktiv, diesen Film zu promoten. Ich krieg da irgendwie sehr, äh, pro Woche etliche E-Mails und ich hab gesagt, äh, wartet jetzt mal, weil die wollen uns auch einen Screener geben. Ich hab gesagt, wartet mal bitte. Es könnte sein, dass der am Montag in das Sneak Preview kommt, da will ich den jetzt nicht vorher schon gesehen haben, eventuell. Und, ähm, deswegen, ich warte jetzt ab, ob der am Montag kommt. Ich tippe das ja. Und falls der nicht kommt, dann gucke ich mal, ob ich noch Zeit hab, dann lasse ich mir den Screener geben, weil der startet, glaube ich, auch nächste Woche. Was schreibt er hier im Moment? Äh, äh, der am 1.12. läuft der an, sagt er. Genau. Deswegen, also könnte, könnte sein, vielleicht. Und daher keine Ahnung. Ich darf mich dazu jetzt nicht äußern, oder? Ja, nee. Nee, dadurch, dass er keinen anderen getippt hat, ist es ja quasi schon festgelegt. Ja? Also, und was ich so bis jetzt gelesen hab, äh, aus diesen Pressemitteilungen, sieht der Film echt gut aus. Also, das interessiert mich sogar. Eine französisch-algerische Regisseurin, die den gedreht hat und, ähm, die Story sieht gut aus, die touren auch gerade, die, die Schauspieler und die Regisseurin touren auch gerade so ein bisschen durch diverse Kinos in Deutschland. Und, ähm, ja. Wäre sogar, warte mal, steht hier, wie lang der geht? Das wäre jetzt mal interessant. Äh, wo ist mein Tab hier? Jetzt kommt es 2 Stunden 15 oder so. Ja, 3 Stunden, ne. Nee, steht hier gar nicht. Ah, gut. Werden wir schon merken. Okay, also fragil und, ja, im Kino haben wir sonst nichts geschaut, deswegen werfen wir mal einen Blick in die aktuellen Kino-Charts hier in Stuttgart von den Innenstadt-Kinos und was so Neues anläuft. Ich tippe mal, da ist Fragil dabei. Auf Platz Nummer 5 ist in Stuttgart, hier ist mein Tab, Mrs. Harris und der Kleid von Dior. Nö, Erik ist heute richtig gut vorbereitet. Auf Platz Nummer 4 ist einfach mal was Schönes. Platz 3, The Menu. Platz Nummer 2, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Das hätte ich aber nicht gedacht, weil der läuft ja, glaube ich, nur für eine Woche im Kino und kommt dann ins Streaming rein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Platz 2 schafft. Krass. Ah, der geht auch 140 Minuten. Gehen die alle so lang? Ideal für zu Hause also. Ja. Black Panther, Wakanda Forever, Platz 1 mit 162 Minuten. Ja. Krass. Ja. Das ist auch ein ganz schönes Brett. Das läuft neu an. Da müssen wir uns mal gucken, ob wir das eigentlich schaffen, nächste Woche da rein zu gehen. Ja. Ich habe so viel vor gerade. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob oder ob nicht oder wann. Ich habe ein kleines Babypsilon hier, also klar. Das sprechen wir uns wahr. Genau. So, was läuft an? Es kommt irgendwie wahrscheinlich nochmal Top Gun Maverick ins Kino hier, steht hier zumindest drin. Das habe ich auch gesehen, habe gedacht, so what dann? Brauchen wir nicht eingehen. Es läuft auch noch an Violent Night, da habe ich schon den Trailer gesehen, das sah witzig aus, über einen Weihnachtsmann, der doch, was steht hier, der Verbrecher bekämpfen und das Weihnachtsfest retten muss zur Not auch mit Gewalt. Also, das sah dann schon ziemlich, wenn dann so der Weihnachtsmann-Bartblut befleckt wird. Wäre ein schöner Sneakfilm gewesen, aber der geht auch fast zwei Stunden. Was ist da los? Selbst die Horrorfilmchen hier. 112 Minuten, ey. Krass. Jetzt pass auf, jetzt wird es richtig wild, weil Brasilien in nicht näher definierter Zukunft. Die Säkularisierung ist aufgehoben. Das Land wird von der Kirche regiert. Nachts ziehen Mariana und ihre gewaltbereiten Mitstreiterinnen maskiert durch die Stadt. Sie sind auf der Jagd nach Frauen, die gegen Sitte und Moral verstorsten. Ihre Ideologie fußt auf einer urban Legend, wonach der Sünderin Melissa von einem Engel das Gesicht angezündet wurde. Das reinigende Feuer hat sie zur Heiligen avancieren lassen, die immer noch irgendwo mit deformiertem Gesicht ihr Dasein fristet. Marianas Spurensuche führt sie in ihre fremde Welt der menschlichen Nähe, die langsam auch sie zu verändern beginnt. Der Film heißt Medusa. Horrorfantasy dauert zwei Stunden, sieben Minuten. Also ich glaube, seitdem du auf digital drehen kannst, da verschwenden die einfach alle die Minuten ohne Ende. Call Jane läuft an, den hatten wir vor ein paar Wochen in der Sneak Preview. Ein sehr, sehr guter Film über, klingt zwar nach einem sehr schweren Thema, aber der ist echt gut aufbereitet, wie ich finde. Wenn man die erste halbe, dreiviertel Stunde überlebt. Ja, genau. Also spielt so in den 60er Jahren, wo so eigentlich die Hippie-Bewegung war und hier, ja, Frauen-Power war da jetzt noch nicht ganz so. Da waren die Frauen noch so ein bisschen die Heimchen am Herd und so. Und es gab auch rigide Abtreibungsgesetze in den USA. Und eine Frau als Hauptdarstellerin, die wird schwanger und es wird aber ein Risiko schwanger, weil es könnte sein, dass entweder das Kind oder sie oder beide sterben. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass irgendwie beide überleben. Und ja, sie forscht dann nach und findet dann so eine Gruppe von Frauen, die Abtreibungen durchführen und schließt sich dann denen auch an. Und dann so als gut situiertes Hausfrauchen kommt sie dann plötzlich in diese reaktionären Kreise rein. Und das ist echt ein guter Film. Guckt ihn euch mal an. Dann startet an. Der kleine Nick erzählt vom Klick. Der kleine Nick erzählt vom Klick. Zeichentrickfilm über den berühmten französischen Kinderbuchcharakter und seine Schöpfer. Ja, echt cool. Wird bestimmt auch ganz gut laufen im Kino. Was haben wir außer diesem Strange Worlds? Ach, da wollte mein Kleiner rein. Habe ich nicht geschafft. Jeden Abend was vorgehabt. Was anderes halt, ne? Da wollte ich auch noch rein irgendwie mit ihm. Da läuft sonst nichts für die Kinder an. Es läuft auch noch an. Am 1.12. ein Film namens Sonne. Ein österreichisches Drama, in dem drei Freundinnen mit einem Video auf Social Media viral gehen, jedoch mit unterschiedlichen Konsequenzen. Okay. Dann läuft ein Fraggle. 101 Minuten. Französische Coming-of-Age-Drama über die Liebe, die Freundschaft und das Tanzen. 101 Minuten. Befürworte ich. Wäre doch mal was. Im Himmel ist auch Platz für Mäuse, ein Animations- und Zeichentrickfilm. Ähm, da habe ich jetzt gerade keine weiteren Informationen. Vielleicht finde ich noch was hier. Warte mal. Hm. Ach nee, ist der 1.12. Da muss ich hier schon mal auf die nächste Seite gehen. Äh. Nee. Ach, hier unten. Doch. Eine kleine Maus und ein Fuchs treffen sich nach einem unglücklichen Unfall im Tierhimmel wieder. Sie verlieren ihre natürlichen Instinkte und werden beste Freunde. Ihr Wunsch nach, ihr Rückkehr auf die Erde zusammenzubleiben, geht in Erfüllung. Aber sie werden in entgegengesetzten Rollen wiedergeboren. Dank der Kraft der Freundschaft können sie sogar das scheinbar unmöglich überwinden. Okay. Das hast du auch sehr schön vorgelesen. Das war so richtig wie so ein kleines Kinderbuch. Dann geht es um Autos in dem nächsten. Da kommt ein Film, wo ich jetzt nicht weiß. Bitte was? In dem nächsten Film geht es um Autos, oder? Ja, das habe ich genau das gleiche wollte ich sagen. Ich glaube, da geht es um Autos. Die stillen Trabanten. Aber es ist ein Episodendrama um Menschen am Rande der Gesellschaft auf der Suche nach Liebe, die sich nachts begegnen. Mit Martina Gedeck spielt eine Reinigungskraft. Sie trifft in der Bahnhofskneipe, trifft sie sich jeden Abend mit der Friseurin Birgit, gespielt von Nastasjas Kinski. Oh, was war ich in Nastasja Kinski verschossen damals, ey? Sie haben sich mit ihrem wenig glanzvollen Alltag und der Einsamkeit weitgehend arrangiert und nutzen die Abende, um ihr Recht auf Nähe und Träume einzuordnen. Klingt nach einem Sneak-Film. Geht auch zwei Stunden, würde passen. Ja, was heißt denn, ob man mit Schuss zu tun? Mehr denn je. Ein Drama über ein Paar und eine, da fehlt in sich, eine sich anbahnende Tragödie. Mehr denn je. Okay. Cloudy Mountain, bildgewaltiger Katastrophenfilm, in dem ein Erdbeben und die Bauleiter eines Tunnels etliche Menschenleben gefährden. Den hatte ich ja für letzte Woche, glaube ich, getippt gehabt, weil da war ja irgendwas mit Wetteränderungen oder so. Aber das war dann wahrscheinlich bezogen auf den Roman von Emily Fonty. Ey, jetzt hast du es verstanden. Ein bisschen sehr weit hergeholt, ne? Ja, gut. Es läuft auch noch an Heartbeast. Ein finnisches Coming-of-Age-Drama über die toxische Freundschaft zwischen einer 15-jährigen, aufstrebenden Rapperin und einer 17-jährigen französischen Balletttänzerin. Ich habe ein bisschen gestockt, weil hier fehlen, sind überall Worte falsch geschrieben. Aufstrebenden, Rapperin und ein Erdbeben. Ich musste ja alles korrigieren jetzt noch mal beim Lesen. Ich musste noch mal ein bisschen vorlesen. Okay, in der Reihe Best of Cinema startet African Queen oder wird African Queen noch mal aufgeführt. Für die Außenaufnahmen seiner Verfilmung des Romans von C.S. Forrester begab sich Regisseur John Huston mit Schauspielern und Crew in den Kongo, wo unter fast ebenso abenteuerlichen Umständen wie im Film gedreht wurde. Den Film selbst tat das kein Abbruch. Im Mittelpunkt des hervorragend inszenierten Abenteuerklassikers steht das unterhaltsame Duell zwischen den bestechenden Hauptdarstellerinnen Catherine Hepburn und... Hm? Achso. Und, und, äh... Keine Ahnung. War das damals nicht Steve McQueen? Wie hieß er? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ja. Ich kenne den Film, ja. Der ist gut. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino gehen würde, aber ist ein sehr, sehr guter Film. Sehr spannend gemacht und wer ihn noch nicht kennt und so ein bisschen mal die Klassiker nachholen will, auf der... von der teilweise viele andere Filme abgeguckt haben, ja, da solltet ihr den mal angucken. Äh, es läuft auch noch an. Ich, ich, ich. Vor versammelter Mannschaft macht Julian seiner Marie einen Heiratsantrag auf der Hochzeit seines Bruders. Die ist davon total überrumpelt und sagt ihm, dass sie darüber nachdenken muss und fährt aufs Land. Im Fanhaus, ihre Mutter in der Uckermark angekommen, oh, Angela Merkel, äh, will sie über sich und ihre Beziehung nachdenken, ganz allein. Wie sich herausstellt, ist sie doch nicht ganz allein, denn ihre Gedanken nehmen Gestalt an, in Form von Gedankenmenschen, die ihr allerlei Ratschläge geben. Schließlich taucht sogar Julian ganz real auf und hat seine ganz eigenen Gedankenmenschen im Gepäck. Oh Gott. Ziemlich verkopft klingt das. Das klingt ein bisschen anstrengend, ja. Äh, The Invisible War läuft auch ein, ein Drama. Ähm, muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Also Kino.de, von der wir hier, von der wir hier die, die Zusammenfassung immer mal vorlesen, ja. Die lassen sich ein bisschen im Stich manchmal. Das muss man auch dann auf anderen Seiten nochmal gucken. Hm. Es scheint aber irgendwas... Vielleicht läuft er gar nicht an. Äh, es scheint was, was entweder, ich glaube, was polnisches zu sein. New, 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 Zylianja und Wornja, die Invisible War. Die Welt des Showgeschäfts gehören zu den aufregendsten Segmenten der Realität und es ist kein Wunder, dass Millionen von Menschen auf allen Breitengraden dafür schwärmen. Inspiriert von einer wahren Begebenheit erzählt Patrick, Patrick Vega, die Geschichte eines männlichen Medienstars. Einen Adrenalin-Junkie und Sex-Fanatiker, der den Autor, dem Shopping, der Arbeit, dem Alkohol, dem Rausch, dem Okkulten und den Pillen verfallen ist. Äh. Es läuft auch noch an. Mistletoe Ranch. Und ich habe gerade mal so die Beschreibung durchgelesen, die möchte ich euch ersparen. Das sieht sehr nach einer Weihnachts-Romanze aus, Weihnachtsschmunzette von irgendwelchen... Steht aber Drama dabei. ...die wieder nach Hause kommen und da irgendwie so ein bisschen... Ja gut, da wird Familie ein bisschen Drama sein und dann haben sie wieder alle lieb hier. Wie es halt immer so ist. Ja. Return to Dust steht hier gar nicht drin. Also das läuft wahrscheinlich doch nicht an. Und dann zwei türkische Filme. Das ist auch die zwölfte dann schon. Also das ist ein bisschen seltsam. Chakala Dance Teil 6. Wer kennt sie nicht? Also die anderen fünf Teile, die habe ich ja gefeiert. Ey, da freue ich mich jetzt richtig, dass jetzt Teil 6 ins Kino kommt. Und Bangaraju, auch ein Drama mit der entspannten Spielzeit von 150 Minuten, kommt ins Kino. Weiß ich nicht viel mehr dazu, aber ja, wird schon gut sein. Weiß ich nicht. Klingt doch ganz gut alles. Ja. Das ist auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Obwohl es sind für richtige Horrorfans. Gutes Medusa, weiß ich jetzt nicht, oder? Och. Wenn man es sich ausprobiert, weiß man es nicht. Genau. Aber ich habe erst mal noch andere Sachen, die ich gucken muss. Also momentan überschlägt sich alles. Ich muss erst mal, ich brauche erst mal Urlaub dann. Ich freue mich auf Weihnachten, wenn mal so Ruhe ist. Ich habe noch einen Film geschaut. Takedown. Du hast es auch geschaut. Ihre Familie. Ich habe es auch geschaut, ja. Das falsche Ziel. Ich habe ja in unserer Gruppe geschrieben, du musst es nicht unbedingt schauen. Schaust nur, wenn du möchtest, wenn du Zeit hast. Ja, dann war es quasi schon zu spät. Okay. Es geht um eine Frau, die ist Bogenschützin. Aber jetzt, ja, nicht wie Legolas mit so einem Holzbogen, sondern so richtig ein ordentlicher Recurve-Bogen und so. Und ich habe ja auch mal Bogenschießen gemacht. Deswegen hat mich das echt interessiert. Der Trailer, der flog bei mir mal irgendwie durch YouTube durch und dachte ich, oh cool. Also zumindest so vom Bogenschießen her fand ich es cool. Die Story sah schon nach, naja, ich sage mal, Action-Krabbelware aus. Und ich habe gedacht, aber trotzdem würde ich mir gerne mal angucken, wie das so dargestellt wird, weil so ein Bogen, Pfeil im Bogen, ist natürlich ein etwas unhandliches Werkzeug, gerade wenn man sich durch ein Haus und so. Ach was! Ich habe dann den Filmverleih mal angeschrieben, Plyon. Und die kannte ich ja tatsächlich, weil die auch Games verlegen. Das ist ja ehemal Koch Media, war das ja, glaube ich. Die waren ja auf der Gamescom, da hatte ich ja schon mit denen wegen ein paar Games sagen. Na jedenfalls waren die sehr freundlich und haben mir gleich hier so ein Sichtungsexemplar mal zugeschickt. Erstmal vielen Dank dafür. Das ist alles so schnell geklappt, da hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe mir dann Take Down angeschaut. Also es geht, jetzt muss ich mal kurz ein paar Namen noch aussuchen hier, wie die überhaupt alle hießen. Am Anfang in der Eröffnungsszene sehen wir schon, dass es da durchaus Personen gibt, die ziemlich böse drauf sind, um es mal so zu sagen, weil die gehen einfach da in so ein Haus rein von Leuten. Ich glaube, das ist irgendwie im asiatischen Raum, sieht irgendwie so ein bisschen nach Singapur aus oder irgendwas in so einem Hochhaus und ach nee, Quatsch, das war ja der Geschäftspartner von dem einen. Vielleicht war das doch. Jetzt Moment, ich wollte gerade sagen, habe ich immer zugeguckt. Vielleicht hat die Skyline doch irgendwie ein bisschen getäuscht. Vielleicht war das doch irgendwie in den USA, aber wahrscheinlich irgendwelche eingekauften Stockaufnahmen. Vielleicht jedenfalls geht die da rein, bringt da Leute um und ja, dann ist erst mal so ein Cut und wir sehen halt die Frau, wie sie quasi in ihrer Familie lebt und wie sie dann auch mal zum Bogenschießen geht mit ihrem Vater, der wohl auch ein ziemlicher Bogenschießprofi ist und ich habe schon gedacht, okay, jetzt mal drauf achten. Also ich sage mal so, das Equipment top, was die haben. Meistens haben sie ja nur so Filmsachen, aber das Zeug sah aus, als funktioniert es wirklich und auch wie sie geschossen hat. Muss ich sagen, gab es ein paar kleine Abstriche. Also man sollte, wenn man die Hand öffnet, damit die Sehne losschnellen kann, sollte man nicht so eine Art Ruckbewegung nach vorne machen mit dem Körper. Das machen halt viele, sagen wir so, die Laien machen das, weil das ja dann so einen richtigen Ruck auch gibt, wie so einen Rückstoß, aber halt in einer anderen Richtung, wie bei einem Gewehr, aber in der anderen Richtung. Da sollte man eigentlich wirklich ganz stramm stehen bleiben und da hat sie ein bisschen gezuckt. Da habe ich gemerkt, okay, die ist auf jeden Fall keine professionelle Bogenschütze, aber sie hat es zumindest mal ganz gut gelernt, also für den Film geht es, sage ich mal. Das war schon mal wichtig für mich, weil das hätte ich gleich abgebrochen, wenn ich gesehen hätte, oh Gott, das Film, das passt ja überhaupt nicht. Und ja, diese bösen Personen, die sind dann nämlich auch irgendwann hinter denen her. Das heißt, die fahren dann in so ein Haus mitten im Wald, richtig stylisches Ding, viel verglast und so und da kommen dann diese Bösewichte, die sie dann erstmal gefangen nehmen und der Mann hat im Keller ein riesen Zeug stehen, da sieht es aus wie ein Bastelraum von der NASA, da hat er irgendwie ein halbes Datacenter drin mit Servern, mit sonst was allen und hat er gefühlt von seinem Ferienhaus, kann er irgendwie alles machen und ja, die Verbrecher, die wollen dann halt, dass er irgendwelche Überweisungen, irgendwelche Konten auflöst und denen das überweist, irgendwelche digitalen, wie es halt immer so ist, heutzutage ist ja alles mit Bitcoin, das ist ja nicht mehr so, ja, wir wollen dann den Safe, nein, 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 hier, du musst dann den Computer, aber sein Geschäftspartner hat halt auch noch irgendwie da irgendwelche Codes davon, also dass nicht einer an alles Geld rankommt und dann, ja, brauchen sie auch noch den Geschäftspartner und irgendwann ist halt die Frau abgesprengt von dem Rest der Gruppe und ist halt mit ihrem Pfeil im Bogen unterwegs, was mich gewundert hat, sie nimmt zwei Pfeile mit und schießt aber gefühlt, ich weiß nicht wie viele, also sie hat nicht den Köcher mit. Sie nimmt, glaube ich, schon mehr mit wie zwei, also man sieht in dem Köcher, das sind schon mehr, aber du hast ihre Tochter jetzt völlig unterschlagen, die hat sie ja auch dabei. Ihre Tochter ist auch noch mit dabei, ja. Im Haus auf jeden Fall noch, ja. Ja. Und, ja, die werden halt erst mal niedergeschlagen von denen und gefesselt und alles und können sich dann aber befreien und sie holt dann halt ihren Bogen und nimmt dann erst mal Rache und, ja, muss ich gezwinkert haben, als sie den Köcher genommen hat, aber ich dachte, okay, ja, das war jetzt, aber so ein Bogen ist natürlich im Häuserkampf eher unpraktisch. Hat sich auch hier wieder gezeigt, wenn man da um irgendwelche Ecken rum muss und so, ne. Und, ich sag mal so, der Bogen, den sie hat, der sah schon, also am Anfang hat die, glaube ich, auf eine Distanz, wie ich damals auch, am Schluss haben wir auf 80 und 100 Meter geschossen, da hast du einen Bogen, der hat schon eine extreme Kraft, die du ziehen musst zum Spannen, also du kannst es nicht ewig halten und sie hat halt wirklich ewig den Pfeil quasi drin gehalten und ist da so um Ecken rum und hoch und Treppen und so und da hab ich gedacht, leicht unrealistisch, aber, leicht, aber ich fand's zumindest cool, wie sie dann die Gegner dann niedergestreckt hat, weil, ich sag mal so, wenn du Bogenschießen machst, du schießt immer nur auf die Kreis, auf die Scheiben mit Kreisen drauf, also du hast auch nie Mannscheiben, wie jetzt bei irgendwelchen Schützenvereinen oder so oder willst du auch mal auf echte Menschen schießen, das kann ich schon verstehen. Selbstverständlich, man will doch mal sehen, wie das geht, ist zwar laut Genfer-Konvention verboten, weil, du darfst, bisschen überraschend jetzt und finde ich auch frech, aber ja, du darfst Pfeil und Bogen nicht in militärischen Einsätzen einsetzen, weil es irgendwie, ja, ich glaube wegen den, wegen den Wunden oder so oder wegen den, aber ich fand's schon mal cool, also auch die Treffer, weil vielfach hast du dann, wenn doch mal mit Pfeil und Bogen irgendwo geschossen hat, ich glaube Rambo hat das ja auch gemacht, wenn dann irgendwie so der Pfeil dann so, da steckt dann so die Spitze in irgendjemanden drin, weißt du, und der Rest des Pfeils und hier siehst du halt wirklich einfach, wie das Ding voll durch den durch geht und das ist, das ist realistisch, weil wir haben ja auf 80 und 100 Meter geschossen und die, die Scheiben, die waren mal locker 20 Zentimeter dicke Pappe und da sind manchmal wirklich Pfeile durch die Scheiben durch, auf die Entfernung und das ist einfach total krass, was da für eine Kraft dahinter ist, das denken wir gar nicht, ja, also mir hat's zumindest mal, weil das auch, ja, zumindest mal mit Bogenschießen eine Thematik war, hat mir der Film schon durchaus ein bisschen Spaß gemacht, ist ein australischer Film, ich mag ja die Kate nochmal reingucken und auch die, die Darsteller kannte ich jetzt noch nirgendwo her, die Kate wird's wahrscheinlich aus irgendwelchen Sachen kennen, weil die guckt da viel mehr, ja, also ich hab nicht viel mehr erwartet als irgendwie Videothek-Action-Ware, aber er hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, der Film, zumindest was die Bogenschieß-Szenen angeht, aber du hast ja da nicht diese, diese Verbindung, deswegen, ich glaub für dich war's da ein bisschen schwieriger, oder? Ja, schwierig würde ich nicht sagen, ich fand's halt ein bisschen albern und vorhersehbar, aber du wusstest ganz genau, was passiert und mit, oh, 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 jetzt kommen die Bösewichte vom Anfang, die kommen, oder warum waren die da ausgerechnet bei denen zu Hause, oh, aha, jetzt ergibt das ja komplett Sinn und, ach so, ist das, es ist immer schön, wenn du gleich die Bösewichte erkennst, dass sie eine übelste Narbe im Gesicht haben, das war einfach auch schon so, ah ja, die wird böse sein und die wird wahrscheinlich, weil sie sie oft gezeigt haben, bis zum Ende auch dabei sein, oh, wer hätt's gedacht, sie ist bis zum Ende auch dabei, ja, ja, ähm, und oh, was für ein, ein Plottwist, wer hätte damit rechnen können, haha, äh, ja, schwierig, also, das, das ist halt so, ich will jetzt nicht sagen, das 0815 Rezept für so einen Actionfilm, ähm, aber es ist das 0815 Rezept für den Actionfilm, und, ähm, das dann garniert mit, ja, hier, ich renne mit Pfeil und Bogen durch die ganze Wohnung und durch die ganze Bude, ah, ich weiß nicht, klar ist es mal schön, schön in Anführungszeichen da auch mal eine andere Waffe zu sehen, mit der sich Frau wehren kann, ähm, dass Pfeil und Bogen jetzt eher für den Haus Gebrauch eher, ja, ungeschickt ist und, ähm, Robin Hood wahrscheinlich auch gesagt hätte, Junge, okay, also alles relativ spannend, was das angeht, ähm, wie gesagt, Story auf dem Bierdeckel erzählt, ja, es ist, war okay, es war jetzt nichts Besonderes, es war okay. definitiv, also es war, also mir hat er soweit gefallen, also wer, wer sich, wer auch ein bisschen Affinität zum Bogenschießen hat, sollte hier mal reingucken, es ist nicht, es ist nicht furchtbar, wie in manchen anderen Filmen dargestellt, ja, wenn, wenn man es schon sieht, quasi den Bogen falsch rumhalten, den Pfeil auf die falsche Seite ablegen, ja, und so, wo man denkt, oh Himmelswild, Leute, ja, nee, hier alles, sie kommt nicht an Hawkeye ran, sagen wir es doch mal so, äh, na gut, Hawkeye, okay, lass mich jetzt nicht anfangen mit Hawkeye, was da mit Bogenschießen, so, das, das hat nicht viel mit Bogenschießen mehr zu tun, aber das sehe ich auch nicht so, dass, dass der da diesen Anspruch hat, aber, ähm, ja, aber hier, nee, also, warte mal, jetzt lass mich mal kurz gucken, dass ich das auch zu, zu würdigen weiß hier, ich muss mal kurz in meinen E-Mails suchen, Takedown, ähm, wann der, wann der startet hier, finde ich natürlich jetzt mal auf die Schnelle nix hier, super, ähm, hier doch, Takedown, ach, verdammt, hier steht nicht da, wann der, das ist nur mein Schriftwechsel mit denen, wann startet der, oder wann gibt's den, findest du das zufällig irgendwo, ähm, warte mal, den gibt's doch jetzt dann bald im Heimkino, Takedown, hier, so, ich schau mal ganz kurz, Takedown, ihre Familie war das falsche Ziel, ich bin jetzt auf dem, dem großen, auf der Webseite des großen Bücherversenders, da ist er tatsächlich schon verfügbar, zum Bestellen, in, man kann's auch auf Prime Video schauen, zwischen 4,99 und 11,99, DVD gibt's das und Blu-Ray gibt's das, und wird dann wahrscheinlich, in nicht allzu ferner Zukunft, dann auch, ähm, ja, zum, in dem normalen Streaming-Services mit drin sein, schätze ich mal, was steht denn hier, ah, hier steht die Filmbeschreibung, der langersehnte Familienurlaub verläuft für Kate, ihren Mann Ash und Tochter Sarah mitnichten nach Plan, als ihr Fernhaus von kriminellen Ex-Soldaten angegriffen wird, Kate und Sarah werden als Geiseln genommen, während Ash ein Experte für Kryptowährungen verschleppt wird, was die Kriminellen nicht wissen, Kate ist Bogenschützin auf Olympia-Niveau und verlässt nie ohne ihre Waffe das Haus, sie ist bereit, mit allen notwendigen Mitteln ihre Familie zu beschützen, jawohl, genau, also, wer das sehen möchte, hier Blu-Ray, da gibt's auch noch diverse Extras mit drauf und so, ähm, genau, dann klickt euch das mal auf Amazon oder auf irgendeinem anderen, auf irgendeiner anderen Plattform, und, dann kommen wir mal zu The Enforcer, Chris, möchtest du da mal was sagen, da kann ich mal einen Schluck trinken, Oje, ja, jetzt kommst du mit, ja, du wolltest den ja haben, ähm, The Enforcer, äh, äh, ich sag mal, ähm, Antonio Banderas, Welcome to Miami, Antonio Banderas, Kate Bosworth, Alexis Ren, die man jetzt kennenlernt, an diesem Film spätestens dann, und, ähm, ähm, es geht mehr darum, dass, äh, Antonio Banderas, der spielt einen, einen, einen Menschen, Kuda heißt der, glaube ich, ist so, so ein Hitman, der kommt frisch aus dem Gefängnis, äh, trifft dann in Miami auf Billy, ne, jetzt muss ich überlegen, doch, genau, doch, die trifft, trifft auf Billy, Billy war die, äh, das ist das junge Mädchen, ja, oder die, die jüngere, die von, von Soli Griggs gespielt wird, und, äh, will der irgendwie helfen, oder versucht die zu unterstützen, oder weiß ich was, aber die gerät dann in die Fänge von Sexhändlern, ähm, Problem dabei ist, dass da eine Verbindung gibt, zu, der Chefin von Kuda, äh, die, äh, die, die wird gespielt, der sitzt, äh, Kate Bosworth, spielt die Chefin, das, die sitzt so ein bisschen da, wie so ein Mix aus, äh, hier, ähm, ah, wie heißt's, ich hab mal heute steig, ich hab den Schlauch ein bisschen, ähm, sitzt da wie der Pate, ja, so, so eine Mischung aus der Pate, und hier, äh, äh, von, von, ach Gott, mir fällt's bestimmt gleich wieder ein, ach, auf jeden Fall, ist's ein bisschen schwierig, ich weiß, heute ist's ein bisschen schwierig, heute zuzuhören, ähm, jedenfalls trifft er auch noch auf Stray, einen Straßenschläger, so, der sich so in, in Straßenkämpfen, über Wasser hält und Geld verdient und, äh, äh, nimmt den auch noch so ein bisschen unter seine Fittiche, um den auch ins Geschäft mit einzuführen, mehr oder weniger, dann die, äh, Geld, das Geld einzuholen von den Leuten, die Geld schulden mit, hier, prügeln und was weiß ich was, äh, ja, es kommt halt dieses, äh, weil er hat ja kein Geld und, äh, bei dem ersten Job hat ihn ja Antonio Banderas quasi mit reingezogen, er war quasi mit dabei als, als Fahrer und hat halt gesehen, wie Antonio Banderas da irgendjemand, quasi, abschießt, und dann sagt er, okay, das, das war's jetzt erstmal, das reicht und dann sagt er, ah, ja, kann ich nicht irgendwie mitmachen und kann ich nicht rein und er braucht ja auch irgendwie Geld und so, deswegen will er da mit rein, dieser, genau und dann geht's noch drum, das, äh, Verhältnis zu seiner Tochter, zu seiner Teenager-Tochter Lola zu, äh, reparieren und Kuda soll eben Stray auch in diesen Job einführen und der allerdings ist, äh, abgelenkt von, oder vielmehr hat, hat hauptsächlich Augen für Alexis Ren, also für seine neue Freundin dann, die lernt er in dem Club kennen, die der, was? Lexus heißt sie im Film. Lexus heißt sie, ich bin ein bisschen Namen schon wieder verdrängt, die arbeitet im Club der Chefin, also im Club von Estelle und, ja, es ist alles so, so ein kleiner Mikrokosmos und es geht eben dann darum, wie man die Ausreißerinnen, also diese 15-Jährige schützt, was Loyalität heißt, wie man richtige Entscheidungen trifft, wie man was nochmal herstellen, retten kann, kitten kann, ähm, und wer wie seinen Weg geht und wie man halt auch mit seinem eigenen Schicksal so verfahren kann oder verfahren sollte oder halt, was man da drehen kann. Es ist alles, es klingt jetzt alles so ein bisschen wild und viel und ich muss auch sagen, ich fand's auch ein bisschen, ja, jetzt nicht wild, weil er war jetzt nicht schnell erzählt, der Film, aber ein bisschen viel und ein bisschen sehr zusammengestückelt, also mein Gefühl hat mir so gesagt, so die Charaktere haben überhaupt nicht zusammengeklickt, also sei es Oberschefin, äh, brutaler Prügler da, dann Stripperin hier oder da, oder Angestellte da, ähm, Schläger da, dann Drogenboss und Sexringbesitzer hier wieder, das hat für mich, das war komplett unharmonisch, das war, waren lauter für mich so, äh, Charaktere aus einem Videospiel, die einfach lieblos aneinandergereiht wurden. Trifft's das? Ja, es war irgendwie, gerade wo er diese junge Frau trifft, ähm, die, wie hieß sie, Billy? Ähm, Billy. Das war ja für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er sich da jetzt auf einmal, also das, dass er da, er sitzt da in diesem Café und dann passiert dir das und dass er da auf einmal so ein Ding drin hat. Ich meine, wahrscheinlich wollten sie nicht, äh, wenn sie gesagt hätten, seine Tochter wird von denen entführt, ja, dann hätte es zu sehr nach Taken ausgesehen, ja, so was. Äh, deswegen haben sie sich wahrscheinlich überlegt, nee, das können wir jetzt nicht machen, nicht nochmal und das, da sagt jeder, sieht nach Taken aus, komm, lass uns hier mal eine, eine zusätzliche Figur reinbringen und, aber das war ja überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er sich auf einmal so um die kümmert, ey, dass irgendeine random Frau, die, oder, oder Mädchen, ja, pff, der gibt auf einmal übelst Geld und sorgt sich um die und macht und tut und die wird entführt, okay, das ist natürlich scheiße und so, wenn man das dann mitbekommt, aber, dass er auf einmal so an der hängt, ich meine, wenn es seine Tochter gewesen wäre, ja, völlig nachvollziehbar, aber, dass da ein Profikiller, ein Hitman, quasi so aus seiner Rolle geht und, äh, sich da so für jemand anderes so sehr in die, in die Schusslinie begibt, das ist nicht nachvollziehbar und, ja, es war halt, also, wenn, ich sag mal so, wenn Antonio Banderas hier nicht mitgespielt hätte, da wäre der Film, hättest du nie von dem Film gehört, glaube ich, also, wenn da irgendwie, glaube ich auch nicht, die haben wahrscheinlich gedacht, scheiße, die Story ist mau, die Darstelle okay, ja, ganz okay, aber, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Zugpferd und das Beste ist, jetzt kann ich dir den Film ganz kaputt machen, wenn ich dir einfach sage, der wurde noch nicht mal in Miami gedreht, sondern in Thessaloniki, in Griechenland komplett, deswegen, ähm, also wurde noch nicht, nicht mal in Miami gedreht und, ähm, ja, mh, sehr, sehr komisch, sehr komisch, wie du gesagt hast, so, wirkt irgendwie so unzusammenhängt, manche Szenen fand ich tatsächlich ganz gut, auch so von der Ausleuchtung her und manche Settings und, aber dann hat irgendwie alles nicht so recht zusammengepasst. Ja, es hat, es hat nicht so geklickt, also fand ich, es hat einfach nicht so gepasst, wie es hätte passen sollen oder passen müssen für, für so einen Film, ja, und, also ich hab, ich hab manches, muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich überhaupt nicht verstanden, also schon, der erste Kampf von Stray, wo er da hat, gegen den, was weiß ich, was der Typ ist, ein Kopf größer, ist, anderthalbmal so breit gewesen, wie er, ähm, und den schickt er natürlich mit seinem unbändigen Willen auf die Matte, also wenn wir normallos in so einem Griff liegen würden, wären wir schon lang weg gewesen oder so eine kassiert hätten, wie der kassiert hat, aber nein, der setzt sich da komplett natürlich durch, er hat dann auch später gegen den, gegen den anderen, äh, der eben auch in allen möglichen Lagen überlegen war, gegen den können sie sich auch irgendwie durchsetzen, also es war schon so, okay, ja, hm, weiß nicht, weiß nicht, aber dann auch das hinten raus mit, oh, zeige mir deine Loyalität und, oh, überlege dir, ich kann alles für dich tun und bla 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 und, oh, also, ganz ehrlich, ich muss damit rechnen, dass wenn ich gegen einen, einen Kampf eingehe und habe meine abgesägte Schrotflinte noch an mir dranhängen, die nicht wirklich groß gesichert ist, muss mich nicht wundern, dass ich die Schrotflinte nachher im Gesicht habe. Ja, da lacht der Erik, lacht nur, vom Gefühl her, ja, da hat er recht. Ja, das war lustig, ähm, ja, aber der, der Typ dann, ist dann mit, mit zwei blauen Augen, Pfeilchen, geht da da noch in irgendeinen Club rein und, das, das soll halt so ein Miami-Club sein, ne, so wirklich so, schöne Leute überall und ausgerechnet, die, die heißeste Frau in dem Club geht ausgerechnet zu diesem Typen, der völlig kaputt aussieht und völlig fertig da irgendwo so, an der Theke säuft mit zwei Pfeilchen und so, ausgerechnet, den verschießt er sich, ja, nee, ist klar, ne, ist klar. Ja. Oh mein, oh mein. Naja, also das war auch, ich sag mal so, Action, Action-Ware, so Durchschnitt, ja, würde ich sagen, deswegen, von mir auf fünf Punkte. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja. Mal gucken, wie der andere ist. Haben wir für Takedown Punkte gegeben? Da gebe ich auch fünf Punkte. Da gebe ich nämlich nur drei Punkte. Hätten wir das auch? Und nächste Woche, ich kann ja schon mal teasern, falls ich es schaffe, gucke ich Fall an, hier diesen, ach, ich glaube schon erwähnt, okay. Dann gehen wir mal rüber zu den Serien. Serien. Und dann werden wir gleich mal einen Spoiler-Text setzen, denn jetzt geht es um Andor. Achtung, Spoiler-Warnung. Andor. Ist ja jetzt endlich komplett, ich habe ja nach der, ich glaube, siebten Folge oder so, habe ich erst mal Pause gemacht, erst mal ein bisschen gesammelt. Und habe die dann quasi in einem Rutsch dann durchgeschaut. Und war auch gut so. Wahnsinn. Also ich wäre... Weil du nicht so lange warten musstest, ne? Ja, genau. Damit ich auch, weil ich habe festgestellt, wenn ich irgendwie eine neue Folge angefangen habe, wenn dann so das, was bisher geschah, kam, da ist mir, ach, scheiße, das habe ich ganz vergessen gehabt und so. Und deswegen habe ich gedacht, nee, jetzt sammle ich mal und binge die dann durch und so. Und habe dann jetzt erst wo die komplett draußen war, habe ich dann zu Ende geschaut. Also für die, die es nicht kennen, obwohl wir sind ja am Spoiler-Tag, also die kennen das halt. Also da kann ich ja gleich zum Fazit schon fast kommen. Also für mich ist Andor wirklich die beste Star-Wars-Serie, die es gibt, weil das passt einfach alles, weil dadurch, was ich auch schon so gehofft hatte, dass sie es machen, dass sie einfach diese Figur nehmen, die in diesem ganzen Kanon nicht so eine große Relevanz hat, wie jetzt andere Figuren oder Themen oder irgendwas oder Zeitebenen, wo sie wirklich immer aufpassen müssen, oh, darf der jetzt da hingehen, darf der mit dem reden, darf der das machen, hat das nicht Auswirkungen auf irgendwas, sondern wir wissen ja eigentlich schon, wo es hingeht mit Andor durch Rogue One. und deswegen, ja, die Serie, die komplett freie Spielwiese, es ist wahnsinnig gut geschrieben, es steckt so viel drin, deswegen habe ich halt auch erst mal aufgehört zu schauen und habe erst mal gesammelt, weil da wirklich in jeder Folge ist einfach wahnsinnig viel Story drin, ein gutes Drehbuch und wunderbar gedreht auch die Außenaufnahmen, die Innenaufnahmen, das Set-Design, die Raumschiffe, alles was da drin ist, ey, ich bin so begeistert von diesem Andor, von der Serie, das ist Wahnsinn. Wie geht's dir? Ähnlich, also für mich ist immer noch Mandalorian die beste Serie, aber Andor, Andor ist schon, ja, schon, schon eine sehr coole Serie, also es ist ein sehr cooles Ding, einfach weil du Star Wars hast und zwar wirklich die politische Seite auch mal, ganz viel politische Seite und halt eben dann der Anfang von der Rebellion und auch die Farben und was weiß ich was und sie, also richtig, richtig gut, Charaktere, die eingeführt sind, richtig gut, mal auch ein bisschen was, nicht nur zu Endor, sondern auch von Mon Motma, die ja da durchaus eine große Rolle spielt und auch dieses Ineinandergreifen von den einzelnen Charakteren und alles, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also das ganze Setting hat mir gut gefallen, die Umsetzung auch, das Finale auch, auch die Szene dann nach dem Abspann, da habe ich mal kurz so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wichtiger Hinweis, den Abspann bis zum Ende kommt, vielleicht verraten wir es mal nicht, weil wir sind zwar im Spoiler Talk, aber vielleicht hat es nicht jeder gesehen. Ja, 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 aber trotzdem, wie ging es dir mit der Szene, war auch eher so, ui. Ich muss sagen, ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir auch gedacht, aber ich wusste nicht genau, was es war. als es dann so gezeigt haben, ich habe ein bisschen was anderes gedacht, was auch in die Richtung ging, aber als es dann gezeigt haben, dachte ich, ja, okay, alles klar. Deswegen die Eile. Ja, aber auch, was da dann wieder im Endeffekt dahinter steckt, ist auch einfach, ja, massiv krass, wie ich finde, also es greift schon sehr viel rein ineinander und sehr gut und ist sehr gut erzählt und auch wirklich, wie ich fand, echt starke Charaktere, also Cash in Endor, Diego Luna spielt den richtig, richtig geil. Ich bin echt froh, dass das nochmal gemacht wurde. Stellan Skarsgard. Oh, großartig. Ich finde, der hat irgendwie eine Nominierung für irgendwie beste Nebenrolle oder sowas verdient. Das ist ja Wahnsinn, der Typ. Also, richtig, richtig, richtig gut. Auch hier, Genevieve O'Reilly als Mon Modma fand ich sehr cool und natürlich Adria Ariona, mein neuer Crush, mein neuer Star Wars Crush. Also, wirklich ganz arg vieles, was einfach lobenswert ist an der Serie, bestimmt gibt es die einen oder anderen, die man auch sagen kann, ja, Kacke, ja, voll langweilig, ja, passiert nichts. Aber darum geht es ja in der Serie, da passiert vieles, aber halt nicht mit der großen Laserschwert, Lichtschwert, Lightsaber-Action oder mit der Macht und alles, sondern es wird halt immer wieder auch mal so angedeutet, oh ja, der Imperator ist hier und der Imperator ist da. Es werden, ich muss noch ganz kurz hier, Joplin Ziptain als Brasso müsste ich noch hervorheben. Richtig geil auch. Richtig, richtig geil. Und ja, es greift vieles rein, es erzählt eine gute Geschichte, es erzählt wirklich die Anfänge oder halt ein Stück aus der, aus den Anfängen der Rebellion, wo es hingeht, man weiß ja, wo es hingeht, das ist ja das, ja, nur einfach da nochmal einen Einblick kriegen mit, okay, was wurde tatsächlich, was ist in diesem Riesenuniversum auch noch auf dem Weg gewesen und wie waren gewisse Abläufe auch im Imperium schon und da mal so ein bisschen reinzuleuchten. Dafür bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass man das wirklich macht und dass man das auch so konsequent macht. Es waren jetzt, ja, also, man macht mit diesen Star Wars Serien in dem Universum generell sehr, sehr viel richtig, wie ich finde. Also, sei es jetzt mit Andor, sei es mit meiner Loriana, der halt einen ganz anderen Strang aufgemacht hat und dann nochmal eine andere Geschichte erzählt, wo es schon wahnsinnige Überschneidungen auch wieder geben wird, dann auch zu der neuen Trilogie und alles. Oder auch jetzt diese Anime-Serien, also diese Anime-Serie mit den Tales of a Jedi, die du jetzt, glaube ich, nicht so gut fandest, aber rein von der Geschichte her einfach brutal gut, weil es wird einfach von Charakteren nochmal erzählt, wie kam es wohin, was sind so Zwischenschritte, was ist da wirklich passiert? Und es liefert dem ganzen Universum nochmal ein ganz schönes Stück Tiefe, die dem Ganzen auch gut tut. Und wenn man das dann als Gesamtwerk sieht und alles zusammenpappt, hat man halt wirklich eine ganz, ganz eigene Welt mit vielen, vielen spannenden und auch überzeugenden Geschichten. Es muss dann problematisch, wer später dann einsteigen möchte in das Thema Star Wars zum Beispiel. Früher gab es so, es gab drei Filme und da hast du die drei Filme geguckt. Ja, wobei auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so schwer, weil wenn du keinen Bock, also wenn du das schauen möchtest, schaust du die Filme und wenn dir das reicht, dann reicht dir das, aber wenn du dann angefixt bist, dann bist du froh, dass es da noch mehr drumrum gibt. Das stimmt, ja. Wen ich aber auch ganz gut fand, war der Kyle Soller, gespielt von Cyril Kahn. Ja. Ne, umgekehrt. Cyril Kahn, gespielt von Kyle Soller, der quasi der böse, was war das, ja, Imperiums-Soldat, der dann am Anfang ja diesen, die Säuberungsaktion da durchführen wollte und dann in Ungnade gefallen ist und ja, jetzt dann doch wieder auf eigene Faust und den finde ich auch sehr gut, den Schauspieler. Also eigentlich so die Nebencharaktere richtig gut gecastet und auch die in der letzten Folge, auf was ja alles hinläuft, dann diese, ja in Anführungszeichen Beerdigung, weil Beerdigung ist ja nicht, Trauerfeier. Ja, Trauerfeier ist ein guter Begriff, ja, dafür, genau und was sich dann draus entwickelt, dann diese Rebellion und gerade in der heutigen Zeit, wo es auch schon wieder überall, wo Menschen aufstehen gegen ihr Regime, gegen ihr Unterdrückeregime und so, finde ich, finde ich auch sehr stark, das so zu zeigen auch und ich meine, das haben die natürlich jetzt hier nicht so geplant gehabt und bei der Serie, dass gerade jetzt weltweit solche Sachen passieren, aber fand ich auch echt gut. Aber es ist ja bloß einen kleinen Wermutstropfen, weil in meiner romantischen Vorstellung ist es so, dass so Rebellionen immer von unten ausgehen, solche Sachen und hier wird ja irgendwie gezeigt, dass da irgendwelche reichen Leute das alles finanziert haben und so, da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber wird sich zeigen, wird sich zeigen. Ja, ja, deswegen. Also top, Endor, Mensch, Wahnsinn. Also jetzt mal ein bisschen warten, es wird ja eine zweite Staffel auf jeden Fall kommen, die haben sie ja quasi angekündigt und bin sehr angetan davon und freue mich darauf, wenn die zweite Staffel dann irgendwann mal kommt. Ich würde auch sehr gerne einen Film davon sehen einfach. Ich hatte letztens mal mit einer Kollegin das Thema gesagt, hier auf Disney Plus, da kommen so viele Star Wars Serien und Marvel auch und so. Gut, Marvel gibt es auch Filme, klar, es ist gerade wieder Black Panther im Kino, aber Star Wars kommt relativ wenig ins Kino und die, bei dem Streaming Service, ja, die machen halt in Anführungszeichen nur Abonnenten damit, aber die Abonnenten haben ja auch Zugriff auf das andere Angebot und da weiß ich nicht, würde es sich nicht ab und zu mal rechnen, für Disney auch mal einen Film ins Kino zu bringen, um da mal ein bisschen Kasse zu machen? Wahrscheinlich schon und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder mal so ein Kinoerlebnis Star Wars hätten. Allein für mich ist es schon immer so, wenn ich im Kino sitze und dann kommt so diese Star Wars Fanfare und da habe ich immer schon feuchte Augen, wenn da die Musik kommt, da bin ich schon, das ist für mich so typisches Kino, das ist Kino, also da Wahnsinn, ja, würde ich mich freuen, wenn da vielleicht auch mal ein Film ins Kino kommt zu Endor, ja, wer weiß. Gibt es einen, der heißt Rogue One, der nicht im Kino? Gibt auch diesen, wie heißt der, diesen Rogue One, diesen Fancut von dem Film, den ich sogar noch ein bisschen besser finde, wo sie den Film ein bisschen umgeschnitten haben, ist natürlich von Disney Seite her überhaupt nicht genehmigt, den habe ich auch nie gesehen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo man den herkriegen kann, also keine Ahnung, aber ich finde den besser, der gefällt mir sehr gut, fällt bloß gerade nicht ein, wie der heißt, der hat einen eigenen Namen. Also ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, von der Redest. Der hat einen eigenen, der hat einen anderen Namen, gefällt mir gerade nicht ein, vielleicht, nee, verlinken darf ich es nicht, ihr müsst mich in den PN schreiben. Okay, ich wollte nur noch ein wenig, du kennst doch bestimmt auch Seven vs. Wild oder hast du mal davon gehört, oder? Du musst jetzt mal den Spoiler Talk beenden. Spoiler Talk beenden? Ja, kann ich machen. Achtung, Spoiler Warnung. Ich bräuchte eigentlich noch ein Ende, irgendwie, weil hier sage ich ja immer Achtung, gut, Seven vs. Wild, hast du schon mal davon gehört? Ja. Ja, hast du schon gesehen, irgendwie die erste Staffel oder? Nein, also ich habe viel davon gehört, es gibt viele, die es feiern, ich feiere es tatsächlich einfach auch nicht so, auch, hat aber, es hat damit zu tun, dass ich nicht so ganz damit einverstanden bin, wie Fritz Meinecke sich gibt und deswegen. Okay, gut von dem, also ich folge dem jetzt nicht privat oder sowas da. Nee, ja, das ist, wie gesagt, ich bin ja nicht so ganz einverstanden mit manchen Dingern und ich kann damit nicht so viel anfangen mit seiner Sichtweise auch, was Frauen angeht und deswegen. Okay, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, keine Ahnung, also du scheinst da Background-Informationen zu haben, die ich... Ey, auch nicht wirklich viel, aber das, was ich mitbekommen habe, passt mir halt nicht. Deswegen habe ich nicht mitbekommen. Also Seven vs. Wild, wer es nicht kennt, es gab eine erste Staffel, die war in Schweden, die Idee ist, sieben Leute, sieben Tage müssen in der Wildnis überleben, kurz gesagt und je nach, ja, je nach Erfahrungsgrad beim Thema Survival dürfen sie eine gewisse Anzahl an Gegenständen mitnehmen, die sie sich aussuchen dürfen und die ganz Erfahrenen, die haben halt nur eine Machete mit und die etwas Unerfahreneren, die dürfen halt ein bisschen mehr mitnehmen, so irgendwie einen Feuerstahl zum Feuer machen, Säge oder irgendwas. Genau, und jetzt in der zweiten Staffel, die jetzt gekommen ist, gibt es ja auch sehr viele, die das zum Beispiel auf Twitch schauen und dann quasi so drauf reacten, wie es so schön heißt. In der zweiten Staffel sind auch wieder sieben Leute, allerdings jetzt nicht mehr ganz so wie in der ersten Staffel, waren es ja eher Unbekanntere. Der Sieger von der ersten Staffel ist natürlich mit dabei, der Fritz Meinige, den du schon erwähnt hast. Dann ist noch ein Otto dabei, heißt der, der ist auch ein sehr Erfahrene. Aber wer zum Beispiel auch mit dabei ist, das ist Knossi, den dürften wir ja kennen. Und noch, wie heißt das, Starlet Nova, Sascha Huber ist mit dabei, Sabrina Outdoor, die ist so eine Outdoor-Bloggerin und so. Und ein Joris, ein Wildcard-Gewinner aus der Community. Und diesmal sind sie aber nicht in Schweden, wo sie ja in der ersten Staffel ein bisschen Probleme hatten, da konnten sie nur Bären essen, die sie da gefunden haben. Und wenn du Survival irgendwo bist, da ein Tier zu fangen, ist unheimlich schwer. Also das, wenn du keine gescheiten Mittel hast. Und deswegen haben die sich halt in der ersten Staffel halt auch von Bären oder irgendwelchen Moos ernährt und sowas. Und haben die sieben Tage gerade so durchgehalten. Und es war natürlich auch scheiße kalt in Schweden und so. Ja, und die Staffel, die zweite Staffel, um die es jetzt geht, die spielt in Panama. Und da haben sie tatsächlich so eine Insel. Jeder wird dann halt auf einer anderen Seite irgendwie ausgesetzt. Die können sich eigentlich auch nicht treffen. Und wichtig ist natürlich bei Survival erstmal irgendwie Trinkwasser finden, Shelter bauen und Nahrung finden und so. Manche haben das sehr gut im Griff, manche eher weniger. Und das beobachtet man halt hier mit. Ach so, wichtiges zum Setting noch. Das ist jetzt nicht live gedreht, wie jetzt beim Dschungelcamp oder sowas, wo halt immer Kameras überall sind, oder irgendwelche Kamerateams, die Leute verfolgen, sondern die sind wirklich auf sich allein gestellt. Jeder hat irgendwie ein ganzes Set GoPro mit, so ein Koffer mit GoPro, mit Ersatzakkus, mit irgendwas, was da bereitgestellt wird. Die filmen sich quasi alle selbst während der Zeit. Und das Material wird erst am Schluss dann zusammengeschnitten. Und jeder hat auch noch so einen Notfalltransponder, wo sie dann auch ein Notfallsignal absenden können, da gibt es drei verschiedene Stufen, die sie absenden können. Also wenn wirklich eine Verletzung ist oder lebensbedrohlich sogar, dann kommt halt ganz schnell jemand. Und jeder hat halt das Zeug mit, was er mitnehmen darf. Und dann geht es los. Und in Panama, ein angenehmeres Setting, es ist halt warm, es ist nicht so kalt wie in Schweden. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Gefahren in so einer Gegend. Ich finde es tatsächlich mal ganz cool zu sehen. Also gefällt mir ein bisschen mehr als Schweden. Weil doch vom Klima her, ich mag mir das nicht angucken, wie die zu sehr leiden über den Temperaturen, wenn es da irgendwo so regnet und Leute frieren und so. Da kann ich so nachvollziehen. Das mag ich überhaupt nicht. Deswegen hier in Panama und wie teilweise dämlich, die sich anstellen. Und die werden ja dann vom Hubschrauber aus draußen vor der Küste ins Wasser geschmissen und müssen dann erst mal zu ihrer Stelle hinschwimmen. Ja, ist echt ganz nett anzuschauen. Kann man kostenlos schauen auf YouTube. Da gibt es die Seven vs. Wild. Einfach mal eingeben. Ich werde es vielleicht mal mit verlinken, die zweite Staffel. Und guckt da einfach mal rein, wenn ihr möchtet. Wenn ihr da, ja, wenn ihr nichts gehört habt von irgendwelchen Entgleisungen von Teilnehmern, die euch davon abhalten oder so. Vielleicht, wenn ich es höre, vielleicht sage ich dann auch, nö, das gucke ich dann nicht mehr. Ich mag übrigens Knossi auch nicht. Ja, wenn du, ich sage mal so, wenn du Knossi nicht magst, dann guck mal Seven vs. Wild. Dann wirst du dich so kaputt lagen, weil der sollte irgendwie so 10 Meter schwimmen in diesem Wasser und mit Sachen schwimmen ist echt nicht einfach. Also wer schon mal mit Sachen geschwommen ist, ich hatte es mal in so einer, ich hatte mal so eine, was war das eigentlich? Beim Schwimmtraining war das glaube ich mit, da mussten wir mal mit Sachen schwimmen, um irgendjemanden zu retten. Und da haben wir nur so eine Art Judo-Anzug anbekommen, damit du wenigstens ein bisschen, damit du den zur Not ablegen kannst. Ja, ey, das zieht dich so runter, das Zeug, wenn das nass ist. Jedenfalls ist er aber da reingeschmissen und ist schon völlig am Ende. Er muss erst mal schlafen und sich ausruhen und erzählt die ganze Zeit von seiner Nahtoderfahrung beim Schwimmen und so, lass dich einfach nur kaputt über den. Und dann macht er natürlich erst mal überhaupt nichts. Während andere schon längst Wasser gefunden haben, sich ein Shelter gebaut haben, da irgendwie so ein halbes Haus gezimmert haben aus den Sachen, denkt er immer noch da, liegt unter seiner Palme und alles schlimm und so. Super. Ja, also Seven vs. Wild mal eine kleine Empfehlung von mir. Eine durchwachsene oder eher nicht Empfehlung von dir. Aber ja. Okay, dann... Du, ich gucke es nicht, ich kann es auch nicht empfehlen. Ich werde es auch nicht gucken, deswegen... Ach so. Ich halte mich da zurück. Alles klar. Dann, ja, ganz kurz noch, weil wir sind doch in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten. Ich war gestern, eine von den vielen Veranstaltungen, die ich jetzt in den letzten Tagen habe und in den nächsten Tagen haben werde, war Ojan Kosa hier in Stuttgart in der Porsche Arena. Und also wir beide, Chris, du und ich, wir hören ja sehr viel Podcasts auch und wir hören ja, denke ich mal, die Produktionen, wo er mit drin ist. Alle, oder? Nee, 0817 höre ich tatsächlich nicht. Den hörst du nicht. Finde ich aber auch echt lustig mit Kristall zusammen. Das funktioniert auch gut. Jedenfalls, ich höre alles und ich gucke auch alles, wenn er irgendwo ist und so. Und ich habe gedacht, ja gut, das Programm, was er jetzt hat, dieses Cosa Nostra, das macht er ja schon seit Jahren. Ich habe irgendwie 2019 die Karten gekauft für 2020 oder 2021, ich weiß gar nicht mehr. Ist lange her. Und dann wurde es ja wegen Corona verschoben. Also eigentlich sollte es eine Liederhalle sein hier in Stuttgart, eine große Halle. und jetzt haben sie es dann doch in die Porsche Arena, in die größere und halt wirklich ein paar Jahre verschoben und hat jetzt endlich stattgefunden und wurde sogar von RTL aufgezeichnet. Das heißt, man wird es dann irgendwann mal auf RTL sehen können und zwei Empfehlungen. Also wenn das auf RTL kommt, guckt es auf jeden Fall. Ich werde es auch schauen. nicht nur, weil ich vielleicht drin mal zu sehen bin, weil die Kamera mich erfasst hatte. Okay, vielleicht sollte ich das nicht erwähnen. Vielleicht ist es peinlich, wie ich da gerade abfeiere oder so. Vielleicht hätte ich es nicht erwähnen sollen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn Ochan Cosa mit seiner Show bei euch irgendwo in die Nähe kommt oder in Schlagdistanz kommt, dann geht da hin. Das ist sowas von verdammt lustig. Ich glaube, ich habe gedacht, ja okay, ich habe alles schon gesehen und das Programm hat er jetzt auch schon seit einiger Zeit. Da wird so viel sein, was man kennt. Nichts ist. Also das war ja wirklich, mir hat so der Bauchweh getan. Ich war froh, dass da mal eine Pause drin war. Das war so lustig die ganze Zeit. Und der macht das so gut. Der hat so eine Energie. Er hat zwar vorher gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen krank und so, Fieber und gerade so die Erkältung ein bisschen weg, dass ich reden kann und so. Aber was der da abgerissen hat, das war einfach der absolute Wahnsinn. Also von jemand, der von sich behauptet, er hat gerade noch eine Erkältung auszugurieren, da war nicht viel zu merken. Oder er hat wirklich gutes irgendwie Kripostat C oder keine Ahnung da reingepfiffen. Der hat so einen Abriss da gemacht und Stuttgart war natürlich auch ein absolut dankbares Publikum für ihn. Die haben ihn ja so gefeiert und Hallo Heimat. Ja, ja klar. Und das war der absolute Wahnsinn. Also wenn Öttschern-Kurser bei euch irgendwo in die Nähe kommt, ich verlinke mal seine Tourtermine. Der ist ja jetzt noch auf Tour irgendwo. Ich glaube, er schaut einfach nach. Der geht da hin. Das ist so, ich war ja in diversen Comedy-Programmen von anderen Künstlern auch. Dass ich wirklich so kaputt war hinterher vom Lachen, das hatte ich ewig nicht. Also Wahnsinn. Also absolute Empfehlung von mir. Und wenn sein nächstes Programm kommt, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Top, top, top. Morgen geht es zu Gästeliste Geisterbahn. Die haben auch einen geilen Podcast. Kann ich empfehlen. Ja, morgen. Äh, Quatsch, heute. Heute in Ludwigsburg. Da gehe ich auch hin. Freue ich mich sehr drauf. Ist auch schon irgendwie ewig verschoben worden und irgendwas. Also bin nur froh, dass das alles nicht auf den gleichen Tag gelegt wurde. Sondern ja, Gästeliste Geisterbahn auch ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ist unter anderem Nils Burglberg dabei. Den könnt ihr mal kennen aus Viva-Zeiten. Dann, ähm, ja, Donny O'Sullivan alias Twitch-Streamer, Comedian, YouTuber, sonst was alles. Cooler Typ und Herm. Ähm, der macht viel so Produktion bei irgendwelchen ProSieben-Shows zum Beispiel. Duell um die Welt ist am Hintergrund mit dran. Extrem witzig, lustiger Podcast und, ähm, die auch Live-Shows machen. Okay, das war's für heute mit den Hauptthemen. Das Wichtigste kommt noch, die Musikempfehlung für unsere Playlist. Musik. Und ich hatte mir überlegt, eigentlich, so, wegen dem Geburtstag von eurer Tochter, äh, wer hat denn an demselben Tag Geburtstag und da sind so Sachen gekommen wie Capital Bra, Miley Cyrus. Ähm, da hätte ich ja was nehmen können. Ah, ich hab's mal nicht gemacht. Ich glaub da, ich will unsere, unsere Playlist nicht unbedingt damit infizieren. Julian Bam hat übrigens auch am selben Tag Geburtstag und Vincent Cassell. Sehr gut. Sehr schön, ja. Ähm, ich hab aber was genommen von, äh, aus dem Film, überleg grad, The Enforcer war das, genau, bei The Enforcer war das, The Corgis, Everybody's, everybody's gotta learn sometime. Kommt ja zweimal im Film. Okay. Was mitnimmst du? Ähm, ich hab, ich schreib's gerade noch rein, äh, von John Williams und den Berlinern Philharmonikern. Von den Berliner Philharmonikern. Ja, genau. Monika, äh, das, äh, Princess Leia's Theme. Ah, ich verstehe. Okay. Denn, Ich hab's auch jetzt nochmal reingeschrieben, dann ist das sehr gut. Packe ich mit drauf auf unsere Kinocast-Songs-Playliste, die ihr auf Spotify abonnieren könnt, dürft, müsst. Denkt daran, liebe Hörer und liebe Hörer, lasst uns Kommentare, Likes auf allen Plattformen da, wo ihr das hört. Lasst uns, äh, schreibt uns da Kommentare. Wichtig, wenn ihr das auf irgendwelchen, ja, Plattformen schreibt, macht vielleicht einen Screenshot, schickt mir da eine DM, äh, vielleicht auf Instagram oder auf Twitter. Das krieg ich dann am ehesten mit, weil die Plattformen, die informieren meistens nicht, wenn da ein neuer Kommentar oder irgendwas eingegangen ist. Und ja, iTunes, Fünf Sterne, wären auch mal wieder cool, falls da sich jemand bemüßigt fühlt, das wäre super. Ansonsten, gucken wir mal, was die nächste Woche so bringt an Filmen, an Sneak Preview, an Serien. Lasst euch überraschen. Chris, vielen Dank fürs Mitmachen, schöne Grüße an die, an die Kate und ans Baby. Bis dann. Richtig aus. Wir hören uns, auf Wiederhören und ciao. Bis bald im Kinocast.